Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Solche Glaceträume wie der Gupto können Sie selber zu Hause machen mit Goldstar Rahmglacé. Gerade jetzt läuft bei GOP wieder eine grosse Aktion mit Goldstar Rahmglacé-Spezialitäten. Wie zum Beispiel die Vanille Rahmglacé in dieser praktischen Familienpackung. Sie können das Glacé direkt aus dem Tiefgefrierer gut portionieren. Besser geht es, wenn die Glacézangen zuerst noch ein bisschen ins heisse Wasser reintauchen. So können Sie dann die Kugeln ohne viel Kraft besser rausnehmen. Voilà. Besonders lustige Dessert gibt es aber auch mit diesen Rahmglacés in diesen Familienblöcken. Wenn Sie sie noch ein wenig dekorieren mit frischen Früchten und mit Rahm. Und ein besonderer Hit, vor allem bei den Kindern, sind natürlich die Stängelglacé. Die Eismilkklutscher aus der 10er Packung von Goldstar, die sind herrlich erfrischend. Und zum Abwechseln kann man wählen zwischen Vanille, Erdbeere und Schokolade. Aha. Da ist mir eine etwas zufrieden. Wie sind die Goldstar Rahmglacé? Mmmh. Am besten besorgen Sie sich gerade jetzt einen kleineren Vorrat mit diesen Goldstar Rahmglacés-Spezialitäten. Der Sommer ist ihnen lang. Grob gibt Ihnen einmal mehr Gelegenheit, eine echte Neuheit auszuprobieren. Der Stereo-Radio-Rekorder Toshiba RT80S. Mit vier Wellenbereichen, dem neuesten Bedienungskomfort, eingebauten Stereo-Mikrofon und dank dem Breitband-Lautsprecher einen hervorragenden Stereo-Sound. Der Toshiba-Radio-Rekorder exklusiv bei Grob zu einem einmalig günstigen Preis mit einem Jahr Garantie. Grob unternimmt grosse Anstrengungen, um die Verkaufsstellen immer besser und schöner zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist das neue Grob-Center Grundhof, das morgen in Langnau am Albis eröffnet wird. So, und jetzt schalten wir rum in die Studioküche zum Grob-Rezept von dieser Woche. Bei Grob gibt es jetzt ein grosses Angebot an jungen und zarten grünen Bohnen. Wir haben dort die Menge für vier Personen, etwa 600 Gramm, gefädelt und gewaschen. Diese werden jetzt in viel Salzwasser knackig gekocht. Wenn es so weit ist, geben wir eine gehackte Zeebele im Anken dünsten, geben die Bohnen dazu und würzen mit Musken-Nuss. Das Besondere an diesem Bohnen-Rezept ist eine Mischung aus Anken, fein gehacktem Peterli und Zitronensaft. Das kommt auch dazu. Die Bohnen servieren wir mit Grouton garniert und zu einem Fleisch nach ihrer Wahl. Vergessen Sie nicht, das Rezept steht in der Grob-Zeitung. Also, profitieren Sie von diesem Bohnen-Angebot. Einen guten. Herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder für uns Zeit gehören. Und achten Sie noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Sie können viel sparen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Grob alle Grob-Bohnen-Kaffee an 250 Gramm 60 Kappen günstiger und 500 Gramm 1 Fr. günstiger. Drei Stück Servalast an 2,40 Kappen jetzt 1,95 Kappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Golden Delicious-Öpfel, 2,5 Kilo nur, 4,25 Kappen. Alle Grob-Sirup in der 1-Liter-Flasche sind jetzt 50 Kappen günstiger. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Der Stereo-Radio-Rekorder Toshiba RT80S mit 4 Wellenbereich, Breitwand-Lautsprecher und integrierten Stereo-Mikrofon kommen Sie exklusiv bei Grob über für nur 149 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.